Heute ein kurzes und knappes Video zum Thema Mundwasser, wie du dir das selber auf natürliche Weise herstellen kannst. Ich habe hier einen Zuschauertipp von der lieben Melanie aus Nürnberg. Und an alle anderen, die gerade zuschauen, wenn du so einen Tipp hast, der sehr natürlich ist, der hilft, die Gesundheit zu verbessern, der chemische Produkte ersetzen kann, dann schreib mir das gerne in die Kommentare, weil dann verdient es ein extra Video, so dass wir alle unser Wissen miteinander teilen und davon profitieren können. Das Mundwasser von der lieben Melanie aus Nürnberg funktioniert so, das kannst du auch für deine Kinder benutzen. Du nimmst 250 Milliliter Wasser, 1 Teelöffel Natron, 1 Esslöffel Xylit und 5 bis 10 Tropfen Pfefferminze. Und damit kannst du deinen Mund spülen. Es wirkt sehr, sehr erfrischend und Xylit, brauche ich nicht viel zu erzählen, ist sehr, sehr gut gegen Bakterien im Mund. Und die Kinder, die haben auch Spaß dran, wenn sie sehen, so selbstgemachtes Zeug, dass sie da mit ihren Mund spülen dürfen. Das waren jetzt die Zutaten. Einfach schnell umzusetzen und wenn du die Zutaten zu Hause hast, kannst du es auch sofort ausprobieren. Wenn nicht, kann ich dir gerne unten einen Link reinsetzen, wo du sie herbekommen kannst. Beim Amazon findest du alles. Xylit, achte darauf, dass es eine Bio-Qualität hat, dass es zum Beispiel aus Finnland kommt. Die meisten sind sonst Gen-Manipulierten dabei. Dabei schädigst du eigentlich nur noch deinen Organismus, als dass du ihn schützt. Ich bestelle meinen vom Regenbogenkreis. Regenbogenkreis bekommt es, glaube ich, sogar aus Finnland. Und es kommt dann direkt von den Bäumen. Da ist jetzt nichts irgendwie verändert worden. Ich wünsche dir jetzt einen wundervollen, frischen Atem, weiße Zähne und bis zum nächsten Video.